Der Rebbe hat angeführt mit Kalashonim, als jeder Summe von Narreis von der Yeshive-Bochre, die war eine Sache mit Nade, aber so eine jüdische Städte, um ihre Seine dort auf Tere und Mitzwes und auf Jadis beklagen. Ich habe mich fort in der Schliche, es wissen die Kadosse, der Rebbe ist schwer, dass mich jassig werden. Ich habe mich fort in der Schliche mit seiner Kirche, mit Schluche, und das, was er daft haben, bei Dibur, muss man sich ankommen zu sein Sech, und bei Melo wird es gehen durch seine Idee, und das, was er daft, hofft haben, bei Derech Mackie, verruhen, ist dort nicht mehr gehen, seine Idee, aber das wird sich hochgetuft haben. Hier hat Zippur, als er auf einem Gehirn gewonnen hat, als er gesehen hat, dass er durchgegangen in amerikanische Städte, ein Böcher mit einem Boot und die Zitzis hat sich an der Reis gesehen, und er hat sich nur gefragt, sie hätte von Perel, von Galizia, von Ukraine, und gesagt, dass er seine Seine von den Bastonien, die Bastonien, die gehen, dass er ihnen so hart und ja am Morgen gesehen war, war ja auch die Reikatsche, eine, was Heche für sie konnte sein. Das hat eine Maßnahme gewonnen, als er sich in der Bastonien und geht mit der ganzen Boot und Pest und die Zitzis setzen sich in der Reis, und wegen Wurzwetter in einer feiner Schöne Mängel, wegen der Unionen von Yehudi-Iloh mit Yehudi-Tator. Wo ist er, dass Yehudi-Iloh, Yehudi-Tator hat, er hat nämlich gekonnt, was wir sein? Er hat verstanden, als er der Bastonien redet wegen dem, und darf gar Fingels, und dann greift er zusammen, dass er zusammen in Heche sagt, zu welcher Held noch davon gehen, ich weiß, wie viel Meister ist, bis man jetzt gar nicht wissen, was er sieht. Da noch das obere Femdipede der Union im Mittwies Meister ist von Leiat-Leiat-Agoroschenu. Das war unser Brist. Das war unser Brist. So wie viel Meister in der Kommissarin haben wir También im Mittwies Meister. Wenn ich Montage hier habe集ferungsvoller급ung mit Automobil nicht mehr bezeichnen bis fertilizer zu werden, Ich habe immerアhcomeiera Imperierungen, Vielen Dank.